Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum 22. Teil meiner Tutorialserie Wie geht eigentlich ESP Home? Nachdem wir jetzt schon Sensoren, Schalter, Bedingungen, Schleifen, Skripte und so weiter besprochen haben, kommen wir heute mal zu etwas speziellerem und zwar dem Thema Deep Sleep. Deep Sleep ist vor allem dann interessant, wenn wir unsere ESP Home Projekte über Batterie betreiben möchten. Denn die Batterielaufzeit ist nun mal begrenzt, also müssen wir den Stromverbrauch nach Möglichkeit so weit wie möglich unten halten. Und genau das geht mit Deep Sleep, also dem sogenannten Tiefschlaf unserer Mikrocontroller. Was genau das heißt, was es dabei zu beachten gibt und wie das Ganze umzusetzen ist, das schauen wir uns in diesem Video Schritt für Schritt an. Bevor wir jetzt aber mit dem Video loslegen noch die übliche Bitte, wenn euch meine Videos gefallen und vor allem diese Serie hier weiterhilft, dann würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen, denn das hilft mir wirklich sehr und an der Stelle natürlich auch noch einmal vielen vielen Dank für jegliche Art von eurem Support. Sei es ein Like, sei es ein Abo, sei es ein Kommentar oder natürlich auch die YouTube-Mitgliedschaft, welche ihr hier unten neben dem Abonnieren-Button findet. Vielen vielen Dank für jede Art eurer Unterstützung. Und ich quatsche jetzt hier auch gar nicht mehr lange rum, wir legen direkt los mit dem Video. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du 10 zweilagige Platinen für nur 5 Dollar. Als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitte. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht's jetzt weiter mit dem Video. Hier seht ihr nun mein Home Assistant und wir legen auch direkt los. Wechseln wir also nach ESPHome und legen uns für das heutige Video ein neues Projekt an. Das nenne ich jetzt einfach mal Deep Sleep und dann tragen wir jetzt hier noch die temporären WLAN-Zugangsdaten ein. Hier wählen wir wie immer Skip This Step, sagen Pick Specific Board und diesmal wählen wir wieder einen D1 Mini. Wir sagen Next und können die Konfiguration nun benutzen. Gehen also jetzt hier auf Edit, schmeißen zuerst wieder die überflüssigen Kommentare raus und dann ersetzen wir noch die WLAN-Zugangsdaten mit unseren Secret-Werten. Wer das Thema Secrets verpasst hat, schaut mal oben in die Infobox, da verlinke ich noch mal das passende Video. Damit sind die Vorbereitungen auch schon abgeschlossen. Wir sagen speichern und werfen jetzt zuerst einmal wieder einen Blick in die Dokumentation von ESPHome, damit wir wissen, was wir jetzt überhaupt für den Deep Sleep machen müssen. Dafür gehen wir jetzt hier oben in die Quick Search und geben hier jetzt einmal Deep Sleep ein und dann finden wir auch direkt Deep Sleep Komponent. Und hier könnt ihr auch noch mal lesen, dass diese Komponente dazu verwendet werden kann, den Deep Sleep Mode auf einem ESP8266 oder ESP32 nach einer angegebenen Zeit zu aktivieren und wie eben schon erwähnt, dass das besonders hilfreich ist bei batteriebetriebenen Geräten. Was ihr hierbei beachten müsst, beim ESP8266 müsst ihr den GPIO16, das ist der D0, mit dem RST-Pin verbinden. Nur dann wacht euer ESP auch wieder auf. Ansonsten bleibt der D1 Mini im Deep Sleep Modus, sobald er aktiviert wurde. Der ESP32 bietet hingegen noch weitere Möglichkeiten, was den Deep Sleep angeht. Und zwar habt ihr beim ESP32 sogar die Möglichkeit, diesen über die RTC-Pins GPIO0, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 32 und 39 wieder aufzuwecken. Das schauen wir uns gleich in der Dokumentation auch noch eben an. Ich denke, live müssen wir das nicht noch extra durchspielen, aber damit ihr das auf jeden Fall mal gehört habt. Wenn ihr euren ESP also über einen Tastendruck zum Beispiel aufwecken möchtet, dann müsstet ihr einen ESP32 verwenden und keinen ESP8266. Ebenfalls zu beachten ist natürlich, während des Deep Sleep tut euer ESP halt wirklich gar nichts. Das heißt, er reagiert auf nichts, sei es auf irgendwelche Tastendrücke. Ausnahme ist natürlich, wenn ihr hier so einen Wake-Up-Pin definiert habt, da kommen wir aber später zu. Aber während des Deep Sleeps, also während dieser aktiviert ist, habt ihr ebenfalls auch nicht die Möglichkeit, euer Programm zu aktualisieren. Bedenkt das also, ihr braucht irgendwie eine Möglichkeit, euer Programm, wenn ihr es noch mal aktualisieren möchtet, auch hochzuladen. Also entweder lasst ihr die Run-Duration entsprechend lang genug, wenn ihr Over-the-Air-Updates durchführen möchtet, oder ihr müsst den ESP per USB verbinden und mit der Flash-Taste entsprechend in den Flash-Modus versetzen. Schauen wir uns jetzt einmal die Parameter etwas näher an. Hier sehen wir jetzt ein einfaches Beispiel für einen Deep Sleep, was aber für die meisten Fälle wahrscheinlich schon ausreichen dürfte. Und zwar geben wir als erstes die Integration an, einfach mit Deep-Sleep-Doppelpunkt und darunter dann mit zwei Attributen. Einmal die Laufzeit, wie lange soll unser Projekt denn aktiv sein? Das geben wir also an mit Run-Duration. Und wie lange soll es nach der Ausführung in den Tiefschlaf geschickt werden? Das geben wir an mit Sleep-Duration. Hier unten können wir das Ganze auch noch mal nachlesen. Run-Duration ist also die Zeit, wie lange die Node aktiv sein soll. Also wie lange unsere Codes hier drauf ausgeführt werden. Und nach Ablauf dieser Zeit wechselt er dann automatisch in den Sleep-Modus. Und mit Sleep-Duration geben wir an, wie lange er eben im Tiefschlaf bleiben soll. Dann sehen wir hier unten, haben wir hier noch die drei optionalen Parameter, die speziell für den ESP32 gelten. Das wäre also einmal Touch-Wake-Up. Das ist ein Punkt. Damit signalisieren wir ihm eben, ob bei einem Wechsel eines Binary-Sensors entsprechend das Skript aufgeweckt werden soll oder eben nicht. Hier steht es auch noch mal, dafür muss ein Binary-Sensor entsprechend konfiguriert sein. Dann sehen wir hier den Parameter Wake-Up-Pin. Darüber geben wir dann an, wenn unser Touch-Wake-Up aktiviert ist. Dann kommt als nächstes das Attribut Wake-Up-Pin. Darüber geben wir an, mit welchem Pin wir in der Lage sein möchten, unseren ESP aus dem Deep Sleep wieder aufzuwecken. Im Normalfall heißt das, dass dieser hier angegebene Pin dann auf High gesetzt werden muss, um unseren ESP aufzuwecken. Hier steht es auch noch mal, man muss das Inverted Property verwenden, wenn man auf ein Low-Signal reagieren möchte, um den ESP aufzuwecken. Dann gibt es als dritten Parameter hier noch den Wake-Up-Pin-Mode, ebenfalls nur für den ESP 32. Und damit sind wir in der Lage, das gerade beschriebene Verhalten, das der Wake-Up-Pin eben nur auf das High-Signal reagiert, zu beeinflussen. Das schauen wir uns mal eben kurz an. Und hier sehen wir jetzt die drei Wake-Up-Pin-Modes. Und zwar einmal Ignore, einmal Keep-Awake und einmal Invert-Wake-Up. Und zwar geht es bei diesem Parameter hauptsächlich darum, wie der ESP sich verhalten soll, wenn unser Pin jetzt schon auf High steht, in dem Moment, wo der Deep Sleep aktiviert wird. Denn das ist ja in irgendeiner gewissen Weise ein Widerspruch. Und hier können wir eben angeben, wie er damit umzugehen hat. Mit Ignore geben wir eben an, dass er in diesem Fall unser High-Signal einfach ignoriert. Heißt, er geht trotzdem in den Deep Sleep-Modus und ignoriert einfach das High-Signal. Die zweite Möglichkeit wäre Keep-Awake und dann bliebe der ESP so lange aktiv, bis eben unser High-Signal wieder auf Low wechselt und würde dann in den Deep Sleep schalten. Sobald dieser Pin aber auf Low wechselt, würde auch sofort der Deep Sleep gestartet. Und als dritte Möglichkeit gibt es den Parameter Invert-Wake-Up. Und damit geben wir eben an, dass wenn unser Pin schon auf High steht und wir aktivieren den Deep Sleep, dann reagiert er auf den Wechsel nach Low. Das heißt, somit prüfen wir nicht mehr auf das High-Signal, sondern mit Invert-Wake-Up reicht es, dass sich der Zustand auf unserem Pin ändert. Egal in welche Richtung. So und jetzt sehen wir hier unten auch schon direkt die Aktionen, also machen wir auch damit direkt weiter. Und zwar haben wir einmal die Deep Sleep Enter Action und mit dieser sind wir in der Lage, sofort in den Deep Sleep-Modus zu starten. Das heißt, wir können bei einem beliebigen Ereignis mit On-Unterstrich, wie wir das schon kennen, den Deep Sleep-Modus manuell aktivieren. Aus diesem Grund sind die Parameter Run Duration und Sleep Duration auch optional, denn wir haben überall die Möglichkeit, auch von Hand zu sagen, Deep Sleep Enter für zum Beispiel 20 Minuten. Heißt nicht, der ESP selber würde per Definition entscheiden, alle 10 Sekunden oder wie lange auch immer die Run Duration eingestellt ist, gehe ich dann für 10 Minuten in den Deep Sleep, sondern zum Beispiel nur, wenn ich eine Taste drücke, dann versetzen wir den ESP dadurch für 10 Minuten oder wie lange auch immer in den Deep Sleep. Die zweite Aktion des Deep Sleeps ist Deep Sleep Prevent und hierbei geht es darum, den Tiefschlaf zu verhindern. Das ist zum Beispiel relevant, wenn wir ein Over-the-Air-Update machen möchten, längere Daten transferieren möchten oder ähnliche Aktionen haben, die eben länger laufen und wo wir sicherstellen möchten, dass diese auch abgeschlossen werden, bevor der Deep Sleep aktiviert wird. Am Ende der Seite gibt es auch noch mal eine Zusatzinformation dazu, wie ich eben auch schon erwähnt hatte. Mit Deep Sleep kann es zum Problem werden, den ESP zu aktualisieren, vor allem Over-the-Air. Und hier gibt es ein kleines Code-Beispiel, wo einfach noch mal gezeigt wird, wie zum Beispiel per MQTT der Deep Sleep-Modus deaktiviert werden kann, und zwar anhand von einer MQTT-Nachricht. Hier würde zum Beispiel bei der Nachricht ON in dem Topic Living Room OTA Mode verhindert, dass der Deep Sleep eingeschaltet wird, und zwar hier mit dem Aktionsaufruf Deep Sleep Prevent Doppelpunkt Deep Sleep 1 und mit der Nachricht ON im Topic Living Room Sleep Mode würde eben der Sleep Mode aktiviert. Damit diese beiden Aktionen funktionieren, müssen wir natürlich auch unserem Deep Sleep entsprechend diese ID geben oder zumindest immer die gleiche ID dahinter verwenden. Denn wie wir ja schon gelernt haben, bei Aktionsaufrufen geben wir immer die entsprechende ID unseres Objektes an, auf welches sich dieser Aktionsaufruf beziehen soll. Und genauso ist es natürlich beim Deep Sleep auch. Das sehen wir hier auch noch mal. Deep Sleep und diesem wurde die ID deep-sleep-1 gegeben und somit gilt der Aufruf Deep Sleep Prevent auch nur für diese ID. In der Regel sollte auch nur ein Deep Sleep Eintrag existieren, aber an der Stelle eben noch mal erwähnt, diese ID ist für die Funktion dieser Aktionsaufrufe relevant. Soviel zu den ganzen Besonderheiten, schauen wir uns das Ganze jetzt aber einmal live an. Dazu kopiere ich jetzt einfach mal dieses Beispiel. Wir wechseln nochmal nach ESPHome, gehen wieder in unser Projekt Deep Sleep und fügen jetzt hier einfach mal das Beispiel ein. In dem Fall sage ich jetzt mal als Run Duration 20 Sekunden, damit er auch genug Zeit hat, über die API wieder mit Home Assistant zu verbinden und uns entsprechend Wert zu übermitteln. Und ich würde sagen, wir schalten ihn mal nur für 10 Sekunden in den Sleep, damit wir eben auch nicht so lange warten müssen. Damit wir jetzt überhaupt im Home Assistant eine Komponente haben, die wir auch sehen können, würde ich sagen, wir nehmen jetzt hier einfach mal einen Switch. Wir sagen einfach mal Plattform Template, da wir eh keinen echten Schalter haben. Dem gebe ich einfach mal die ID Sleep unterstrich Demo unterstrich Switch. Und da wir jetzt auch für On und Off keine Aktionen hinterlegen wollen, muss ich jetzt an der Stelle sagen, Optimistic True. Da habe ich noch ein T vergessen und damit ist die Prüfung jetzt auch zufrieden. So und damit wir jetzt sehen, ob unser ESP wirklich aktiv ist oder eben nicht, würde ich sagen, wir machen jetzt hier einfach mal eine Automatisierung rein und zwar On Loop. Denn diese wird ja, wie wir schon gelernt haben, kontinuierlich ausgeführt, solange unser ESP aktiv ist. Und im On Loop möchten wir jetzt kontinuierlich unseren Switch ein- und ausschalten. Jetzt haben wir hier nur ein bis zwei kleine Probleme. Nochmal ein kleiner Exkurs zur On-Loop- Automatisierung. Diese wird ja, wie wir uns erinnern, ungefähr im 16 Millisekunden-Takt aufgerufen. Wenn ich jetzt hier sage, Delay eine Sekunde, dann führt das zu Problemen. Also behelfen wir uns damit, dass wir hier sagen, wir rufen hier ein Script auf, welches uns den Toggle abnimmt. Das machen wir mit Script.execute und sagen jetzt hier einfach mal Demoscript und dieses legen wir jetzt hier unten einmal an. Und zwar schreibe ich dazu jetzt hier Script-ID-Demoscript-Mode-Single. Denn ich möchte immer nur eine Instanz dieses Skriptes haben. Heißt, läuft das Skript noch, darf es nicht erneut ausgeführt werden. So und in diesem Skript möchten wir jetzt einmal unseren Taster schalten und dann eine Sekunde warten, bevor das Skript erneut ausgeführt werden darf. So und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Problem, denn der hämmert hier im 16 Millisekunden-Takt den Aufruf Script Execute Demoscript. Das würde unser Log ziemlich fluten mit der Fehlermeldung, dass das Skript bereits läuft. Wer möchte, kann das ja gerne mal ausprobieren. Passiert nichts weiter, außer dass das Log ziemlich zugespampt wird. Aber um das hier für das Video zu verhindern, behelfen wir uns hier noch mit einer Bedingung. Für alle, die das Video verpasst haben, auch das packe ich nochmal oben in die Infobox. Und dafür schreiben wir jetzt hier If Condition. Und zwar möchten wir jetzt hier wissen, ob unser Skript läuft. Beziehungsweise genauer gesagt, er soll etwas tun, wenn unser Skript nicht läuft. Also fragen wir hier ab auf Script is running Demoscript. Und dadurch, dass wir das jetzt im Condition Block als Not markiert haben, hier habe ich auch noch ein Minus vergessen, dadurch wird der Then Part, den wir jetzt hier drunter angeben, nur ausgeführt, wenn unser Skript nicht läuft. Also immer Loop alle 16 Millisekunden prüfen. Läuft unser Skript nicht? Dann das Skript bitte einmal ausführen. Und das Skript macht eben nichts anderes, als unseren Schalter im Sekundentakt ein- oder auszuschalten. Also das Skript beim Aufruf schaltet immer nur einmal, wartet eine Sekunde und dann wird es von oben wieder neu aufgerufen. Und das würde ich sagen, übertragen wir jetzt mal auf unseren D1 Mini. Ich sage hier also jetzt einfach mal Install, Plug into this Computer, wähle den COM-Port aus und sage Verbinden. So, die Installation ist abgeschlossen. Unser Gerät ist online. Also schauen wir mal eben kurz in die Logs, um uns die IP-Adresse zu holen. Und natürlich, da es immer noch der gleiche D1 ist wie in der ersten Folge, ist es die 192.168.5.160. Also wieder kopieren, Einstellungen, Integrationen, Integration hinzufügen, ESPHome, als Host die IP einfügen und fertig. So, unser DeepSleep ist integriert. Wir schauen einmal rein. Ein Gerät, eine Entität und natürlich handelt es sich dabei um unseren Schalter. Den binden wir jetzt mal in der Oberfläche ein. Wir gehen dazu auf Übersicht, in den Reiter Test, sagen Benutzeroberfläche konfigurieren und fügen jetzt hier die Elemente-Karte ein. Die Standardeinträge fliegen raus. Und hier suchen wir jetzt einmal nach Sleep und finden unseren Sleep-Demo-Switch. Den wählen wir aus, sagen Speichern. Und jetzt können wir hier sehen, wie von unserem Skript der Schalter immer wieder ein- und ausgeschaltet wird. Und jetzt sehen wir, hat das Schalten aufgehört. Und das bedeutet, unser D1 Mini befindet sich jetzt im DeepSleep. Das Ganze für in etwa 10 Sekunden. Dann braucht er aber natürlich auch wieder einen Moment, um wieder das WLAN aufzubauen, um sich wieder mit Home Assistant zu verbinden. Insofern sehen wir hier in der Oberfläche immer nur die letzten Schaltvorgänge von der Laufzeit. Wenn jetzt hier zum Beispiel eine LED, ein Relais oder sonst was dranhängen würde, das würde aber auch vorher schon geschaltet. Während des DeepSleeps natürlich nicht. Schauen wir uns das Ganze daher jetzt noch einmal über die Loks an. Und hier können wir jetzt sehen, er schaltet. Und zwar kontinuierlich ein und aus. So, und jetzt sagt er, er beginnt den DeepSleep. Und somit haben wir ab jetzt auch keine Verbindung mehr zum LogFile. Denn unser ESP ist jetzt wirklich quasi aus. Unser ESP Home versucht jetzt konsequent zu verbinden. Da ist die Verbindung wieder. Das LogFile funktioniert also schon. Und der Switch wird wieder an- und ausgeschaltet. Ja, soviel zum Thema DeepSleep in ESP Home. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen und ich habe nichts vergessen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und natürlich auch ESP Home diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Wird mich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal. Und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns direkt morgen im nächsten Video wiedersehen würden. Da schauen wir uns einmal die Web-Server-Komponente von ESP Home etwas genauer an. Das heißt, wir haben auch in ESP Home die Möglichkeit, auf unseren Geräten ein Web-Interface bereitzustellen, wie man das zum Beispiel von TAS Motor oder so kennt, um eben unsere Geräte, die daran angeschlossen sind, zu steuern oder auszulesen. Das schauen wir uns im nächsten Video an und bis dahin verabschiede ich mich und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!